Silicon Valley wird ja ganz häufig als so das Paradebeispiel angeführt. Für innovative, für moderne Unternehmen, die wahnsinnig schnell sind und die uns auch überholen. Warum das so ist, was dieser Hauptschlüsselfaktor ist, den man im Silicon Valley anders macht als hier in Deutschland, darum geht es in diesem Video. Wie kann das sein, dass plötzlich so aus dem Nichts Unternehmen auftauchen, wie Amazon, wie Facebook, wie Microsoft, aber auch, das sind jetzt nur ganz große, wie auch wahnsinnig viele kleinere Unternehmen, die man vielleicht gar nicht so, die nicht so bekannt sind, die es aber geschafft haben, ihre Branche wirklich zu verändern. Die es geschafft haben, uns von hinten einfach zu überholen. Wie konnte es passieren, dass so unsere typisch deutschen Werte, deutsche Wertarbeit, German Engineering, das ist immer noch ein super Schlagwort auf der ganzen Welt, aber warum ist es so, dass wir regelmäßig abgehangen werden? Ich meine, überlegt ihr mal, MP3 ist eine Erfindung aus Deutschland, das hat ein Deutscher erfunden. Ich müsste jetzt nachschauen, wer genau das war, aber es hat ein Deutscher erfunden. Wer nutzt es? Nicht wir. Das Faxgerät, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht, das Fax war eine deutsche Erfindung. Wer nutzt es? Nicht wir. Der Videorekorder war eine deutsche Erfindung. Wer nutzt es? Nicht wir. Und ich könnte dieses Spiel jetzt weitermachen. Es gibt, es ist ja nicht so, nochmal, mir geht es nicht um Deutsch oder irgend sowas, sondern hier um unseren Kulturkreis, unsere Wirtschaftskraft auch. Aber es gibt hier wahnsinnig viele Erfindungen. Es ist ja nicht so, dass wir nicht innovativ sein, aber wir nutzen es nicht. Wir sind super innovativ, wir haben die Ideen, wir haben vielleicht sogar den Prototypen, aber die Kohle verdient jemand anders und das ist doch Asche. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was machen denn die im Silicon Valley eigentlich anders? Klar, die haben teilweise exponentiell mehr Kohle. Die haben exponentiell mehr Kohle, weil sie Venture-Capital einsammeln und sowas. Das ist ein großer Unterschied. Könnte man sich aber Gedanken machen, okay, wie kann man hier vielleicht andere Finanzierungsformen bringen? Es gibt aber noch einen zweiten zentralen Unterschied. Das, was die im Silicon Valley nämlich tun, oder andersrum, was die nicht versuchen zu sein, ist perfekt. Eine Sache, die wir einfach ausgeprägt haben, ist Perfektionismus. Und hey, klar, wenn du Neurochirurg bist und ich bin dein Patient und du wirst mich gleich operieren, dann lege ich auf Perfektionismus Wert. Wenn du Fluglotse bist und ich bin ein Pilot, der in deinem Sektor unterwegs ist, dann lege ich auf Perfektion Wert. Wenn du mein Flugzeug wartest, wenn du meine Instrumente kalibrierst, mein Höhenmesser, meinen künstlichen Horizont, dann lege ich auf Perfektion Wert. Komma, aber. Wir sind in diesem Perfektionismus, sind wir erzogen. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, man kann eine Sache zweimal machen oder einmal gescheit, mit dem bin ich aufgewachsen. Wir sind, ich bin aufgewachsen mit diesem immer 100% geben, immer richtig gute Sachen abliefern. Ich bin auch damit erzogen worden, du ja genauso, dass wir in der Schule versucht haben, immer die perfekte Leistung zu bringen, weil nur das gab die wirklich guten Normen. Der Knackpunkt ist nur, es hat sich was verändert in der Welt. Es hat sich was Zentrales verändert. Und das, was sich verändert hat, ist die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge verändern. Stimmst du mir zu, wenn ich behaupte, dass die Veränderungsgeschwindigkeit in den letzten 10 Jahren dramatisch zugenommen hat? Ja, oder? Wir haben in den letzten 10 Jahren eine dramatische Zunahme der Veränderungsgeschwindigkeit gesehen. Na, was glaubst du? War es das jetzt? Bleibt das jetzt so? Wird das wieder langsamer? Mit Sicherheit nicht, oder? Das wird sich weiter so rasant entwickeln. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Das Problem, was wir heute haben, ist, dass sich ein Know-how oder dass sich eine Kompetenz wahnsinnig schnell weiterentwickelt. Das heißt, wenn ich heute für irgendwas Spezialist bin, kann ich mir davon morgen nichts mehr kaufen. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag erhalten vor 250 Jugendlichen, Abiturienten, also jungen Männern, jungen Frauen. Und die haben mich natürlich gefragt, wir waren kurz vor dem Abitur gestanden, und ich sage, Prane, kannst du mir einen Rat geben? Was soll ich studieren? Also, welche Jobs sind zukunftssicher? Katja und ich, wir haben auch das Buch geschrieben, der Zukunfts-Code, verkürzter Untertitel, So überlebst du die Digitalisierung. Wenn ich mit dem Buch irgendwo hinkomme, fragen mich auch die Leute, ja, welche Jobs sind zukunftssicher? Was hat in Zukunft eine Perspektive? Freunde der Luftfahrt, das ist genau die falsche Frage. Das ist nämlich die Frage, die früher ging. Welche Technologie ist zukunftsfähig? Welche Berufe sind zukunftsfähig? Wenn mich diese jungen Menschen da fragen, was soll ich studieren? Das Einzige, was ich sage, mach, was dir Spaß macht, weil einen Rat kann ich dir nicht geben. Den Job, den du nämlich wahrscheinlich mal machst, den gibt es heute noch nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und den Job, den du heute lernst oder studierst, den wird es wahrscheinlich, oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, in 10 oder in 20 Jahren nicht mehr geben. Deswegen mach das, was dir Spaß macht, dann hast du da wenigstens die Chance, Hochleistungen zu bringen. So, jetzt kommen wir wieder zurück auf diese Veränderungsgeschwindigkeit. Eine Technologie verändert sich so wahnsinnig schnell. Wissen, es kommt immens schnell neues Wissen dazu, es kommen völlig neue Felder. Und das bedeutet, wenn ich versuche, perfekt zu sein, bin ich schlicht und einfach zu langsam. Ich bin schlicht und einfach zu langsam. Es kommt nämlich irgendwoher jemand anders, der mit einem 80% Prototypen an den Markt geht. Die Amis haben ein Wort, das ist für mich zumindest unglaublich schwer auszusprechen, Minimal Viable Product, Prototype oder so ähnlich. Also der mindest überlebensfähige Prototyp. Also wirklich das Ding, was es gerade so schafft, nicht freizugehen, damit gehen die tatsächlich an den Markt. Wie häufig hast du eine Beta-Version? Du, es wird eine Beta-Version, die schreiben es auch noch hin, Beta-Version wird ausgespielt. Die Leute sind wahnsinnig heiß drauf, dieses Ding zu kriegen und probieren es einfach aus. Und damit wird das Ding beim Kunden fertig entwickelt. Und du kannst dir natürlich die Frage stellen, wie kriegst du am schnellsten Informationen, indem du das Ding einsetzt. Also fassen wir es zusammen. Das, was die im Silicon Valley anders machen, ich habe gesagt, es gibt einen Punkt, es gibt zwei, aber du kannst sie unter eine Überschrift setzen. Die sind bereit, mit einem Prototypen, der noch nicht fertig ist, draus zu gehen. Damit verzichten sie auf ihren Perfektionismus. Und die machen aber noch etwas. Die sind bereit, Fehler zu machen. Und jetzt wird es ein bisschen heikel. Die sind bereit, Fehler zu machen. Und wenn die einen Fehler gemacht haben, dann steuern sie um. Dafür gibt es ein Wort, to pivot. To pivot heißt umsteuern. We are pivoting. Wenn ich in Amerika eine Idee vorstelle von einem potenziellen Investor, dann fragt er mich relativ häufig, relativ schnell, how many times have you pivoted? Wie oft musstest du schon umsteuern? In Deutschland, wenn ich da mit einem Konzept komme und muss dann irgendwie nach der ersten Präsentation was Zentrales ändern, dann sagen die zu mir, hey, Herr Brandesota über ihr Konzept, ja offensichtlich doch nicht. Und damit vergeigen wir uns die Chance. Wir müssen bereit sein, Fehler zu machen. Wir müssen bereit sein, Risiken einzugehen. Dann ist das Ganze natürlich die Frage, jo, aber bringt mich das in Zweifelsfall nicht um? Als Fluglehrer habe ich für mich so eine Definition gemacht. Wir müssen überlebbare Fehler machen. Wenn ich dir Fliegen beibringe zum Beispiel und ich sehe, dass du einen Fehler machst, dann kann ich natürlich versuchen, mit Mikrokorrekturen dich vor dem Fehler bewahren. Kennst du das? Komm, ich zeige es dir nochmal, lass mich es lieber schnell machen. Aber es ist der Effekt, du lernst es nicht. Dann habe ich begriffen, ich muss dich Fehler machen lassen. Ich muss checken, wenn du diesen Fehler machst, bringt uns das um. Wenn es uns umbringt, muss ich dich davon abhalten. Ich muss checken, wenn du diesen Fehler durchziehst, macht er den Flieger kaputt. Wenn es den Flieger kaputt geht, muss ich dich davon abhalten. Das ist meine verdammte Verantwortung, diese Leitplanken. Zu checken, okay, bringst du dich um mit dem, was du tust, dann muss ich dich davon abhalten. Meine Verantwortung. Machst du den Flieger, machst du das System kaputt. Wenn das so ist, dann muss ich dich davon abhalten. Aber innerhalb dieses Rahmens muss ich dich Fehler machen lassen. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, bist du eigentlich noch bereit, Fehler zu machen? Oder ist dein Leben inzwischen eine einzige Reißrölle-Transversierung? Sind wir überhaupt noch bereit, Fehler zu machen? Aber es gibt noch etwas Zweites und das ist damit relevant und vielleicht sogar noch relevanter. Wie gehst du mit jemandem um, der einen Fehler gemacht hat? Wie gehst du auf jemanden zu, der einen Fehler gemacht hat, der eine falsche Entscheidung getroffen hat? Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in der jetzigen Situation, werden wir das hoffentlich häufiger sagen, hoffentlich häufiger erleben, dass ein Politiker sagt, die Maßnahmen, die wir da und da getroffen haben, würde ich heute nicht nochmals noch treffen. Machen wir denn einen Shitstorm über den? Oder sagen wir, hey, cool, du hast damals eine Entscheidung getroffen aus bestem Wissen und Gewissen und du sagst, heute mit dem, was ich heute weiß, würde ich eine andere Entscheidung treffen. Und wenn dem so ist, dann treffen wir da auch eine andere Entscheidung. Was vielleicht noch wichtiger ist, wie gehen wir mit jemandem um, der eine falsche Entscheidung getroffen hat? Wie gehst du mit jemandem um? Wie geht man in deinem Unternehmen mit jemandem um, der einen Fehler gemacht hat? Kriegt der auf die Mütze? Wenn wir Fehler sanktionieren, dann werden Fehler vertuscht, dann können wir nicht daraus lernen. Wenn jemand auf die Mütze bekommt, der einen Fehler gemacht hat, dann wird der in Zukunft alles versuchen, aber nichts mehr riskieren. Wir werden es hoffentlich in der Zukunft öfter haben, dass ein Politiker vor eine Kamera tritt und sagt, ich würde diese Maßnahmen, die ich damals angeordnet habe, heute so nicht mehr machen. Ich hoffe, dass wir das bekommen. Das bedeutet nämlich, dass die Leute ihre Entscheidungen reflektieren, überlegen, ist es noch die richtige? Und wenn sie sagen, nein, dass sie dann pwitten. Wenn jemand, der sich vor eine Kamera stellt und sagt, ich würde das heute nicht nochmal so machen, wenn der einen Shitstorm bekommt, dann würde er in Zukunft einen Teufel tun, aber keine Fehler mehr korrigieren. Und das reißt uns in den Nest. Also, du kannst dir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie gehst du damit um, wenn du einen Fehler machst und wenn jemand anders einen Fehler macht? Wie gehst du damit um? Und die zweite Frage lautet, welchen überlebbaren Fehler könntest du heute nochmal?